Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Skorpion, stell dir vor, du fährst auf einer Autobahn, bis plötzlich alle Fahrspuren zu einer einzigen verschmelzen. Dieser Engpass kann Spannungen und Herausforderungen mit sich bringen, aber deine erste Reaktion könnte sein, den anderen auszuweichen. An einem Tag wie diesem ist jedoch ein durchsetzungsfähigeres Vorgehen erforderlich, wenn du dein Ziel erfolgreich erreichen willst. Die Planetenenergie kann deine Emotionen verstärken und deine Sensibilität und dein Bewusstsein schärfen. Egal, ob du diese Qualitäten in deiner Kindheit gelernt hast oder nicht, es ist nie zu spät, damit anzufangen. Wenn du spürst, dass du etwas oder jemanden aus deinem Leben loslassen musst, kannst du dir ein Ritual überlegen, das dir den gewünschten Abschluss ermöglicht. Nimm dir Zeit, deine Spiritualität zu pflegen, wenn du dich dafür offen fühlst. Inmitten eines Tages mit einer Flut von Informationen ist es wichtig, deinen Denkprozess zu verlangsamen. Es kann schwierig sein, die Fülle an Informationen aufzunehmen, die auf dich zukommen, wenn du nicht bewusst entschleunigst und dich entspannst. Die Energie des Tages könnte dich mehr als sonst zur Geheimhaltung neigen lassen. Skorpione bevorzugen normalerweise Transparenz in ihren Beziehungen, aber unter diesen Umständen könntest du glauben, dass das Zurückhalten bestimmter Informationen keinen Schaden anrichten wird. Du fühlst dich vielleicht im Recht, wenn du ein geplantes Treffen durchziehst, weil du glaubst, dass das, was dein Ehe liebst, der er nicht weiß, ihm ihr nicht schaden wird. Es lohnt sich jedoch, darüber nachzudenken, ob Unwissenheit wirklich gleichbedeutend mit Glückseligkeit ist. Morgen kann sich deine Sichtweise auf alles dramatisch ändern. Im großen kosmischen Plan deines Lebens steht eine tiefgreifende Enthüllung bevor. Die himmlischen Kräfte bündeln sich, um eine lange verborgene Wahrheit zu enthüllen, die im Schatten liegt. Während die Sterne sich verschwören, bereite dich darauf vor, dich dieser Realität frontal zu stellen, denn sie ist der Schlüssel zu deinem persönlichen Wachstum und deiner Transformation. Nimm diesen Moment mit Mut und offenem Herzen an, denn du weißt, dass die Wahrheit dich zwar vor Herausforderungen stellt, aber auch die Macht hat, dich von den Fesseln der Unwissenheit zu befreien. Vertraue auf die kosmische Weisheit, die deine Reise leitet, und erinnere dich daran, dass das Universum diese Zeit als reif für deine Erleuchtung ausgewählt hat. Durch die Akzeptanz von Wahrheiten kommen wir wirklich zu uns selbst. In der Astrologie teilt Merkur in der Waage eine kleine kosmische Frustration, da er mit Saturn in den Fischen interagiert. Dieser Einfluss könnte dich zu leichten und oberflächlichen Gesprächen verleiten und die Einfachheit langen und tiefgründigen Diskussionen vorziehen. Mars in der Waage und Neptun rückläufig in den Fischen teilen sich ebenfalls einen kleinen Aspekt, der zu Unentschlossenheit und Zögern führen kann, wenn es darum geht, etwas zu unternehmen. Wenn du mit Ungewissheit konfrontiert wirst, übe dich in Geduld und Selbsterkenntnis und erkenne, wie diese kosmischen Einflüsse deinen Kommunikationsstil und deine Entscheidungsprozesse beeinflussen können. Skorpion, gehe die Herausforderungen des Tages mit Zuversicht und Durchsetzungsvermögen an. Lass dich auf die Veränderung ein, die dich erwartet, und erinnere dich daran, dass du die innere Stärke hast, alle Hindernisse zu überwinden, die sich dir in den Weg stellen. Vertraue auf deine Intuition und nimm die Wahrheit an, die sich vor dir entfaltet. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Karte Eremit steht für Selbstbeobachtung, Einsamkeit und die Suche nach innerer Weisheit. Diese Karte deutet darauf hin, dass du dich heute vielleicht zu introspektiven und einsamen Aktivitäten hingezogen fühlst. Sie steht für eine Zeit der Selbstreflexion und den Wunsch, Antworten von innen zu suchen. Der Eremit ermutigt dich, dir Zeit für Einsamkeit und innere Einkehr zu nehmen. Er erinnert dich daran, dass du Klarheit und innere Führung finden kannst, wenn du tief in deine eigenen Gedanken und Gefühle eindringst. Neben dem Eremiten haben wir die Sieben der Kelche. Diese Karte steht für Entscheidungen, Fantasien und Illusionen. Sie steht für eine Zeit, in der du viele Möglichkeiten hast und dir verschiedene Entscheidungen und Träume präsentiert werden. Die Sieben der Kelche fordert dich auf, die vor dir liegenden Möglichkeiten aufmerksam wahrzunehmen und zwischen dem, was realistisch ist, und dem, was illusorisch sein könnte, zu unterscheiden. Sie erinnert dich daran, dass nicht alle Möglichkeiten so sind, wie sie erscheinen, und dass du Klarheit brauchst, um gute Entscheidungen zu treffen. Als letztes haben wir die Zwei der Schwerter. Diese Karte steht für eine Entscheidung, die Ausgewogenheit und sorgfältige Überlegung erfordert. Sie steht für eine Zeit, in der du an einem Scheideweg stehst und eine Entscheidung treffen musst. Die Zwei der Schwerter ermutigt dich, deine Optionen sorgfältig abzuwägen und ein Gleichgewicht zwischen gegensätzlichen Wünschen oder Standpunkten zu finden. Sie erinnert dich daran, dass du Entscheidungen manchmal am besten triffst, wenn du nach innerer Harmonie suchst. Der Eremit, die Sieben der Kelche und die Zwei der Schwerter ergeben zusammen eine Kombination aus Selbstbeobachtung, Wahlmöglichkeiten und dem Bedürfnis nach Klarheit bei der Entscheidungsfindung. Nimm dir heute die Energie des Eremiten zu Herzen, indem du dir Zeit für Selbstbeobachtung nimmst und nach Antworten aus deinem Inneren suchst. Nutze die Einsamkeit als Mittel, um Klarheit über deine Gedanken und Gefühle zu gewinnen. Gleichzeitig verkörpere die Energie der Sieben der Kelche, indem du dir die Entscheidungen, die vor dir liegen, genau überlegst. Wähle deine Optionen mit Bedacht aus und vermeide es, dich in unrealistischen Fantasien oder Illusionen zu verlieren. Kanaliere die Energie der Zwei der Schwerter, indem du deine Entscheidungen sorgfältig abwägst und ein Gleichgewicht zwischen widersprüchlichen Wünschen findest. Strebe nach innerer Harmonie, während du die anstehenden Entscheidungen triffst. Diese Deutung steht für einen Tag der Selbstbeobachtung, der Unterscheidung und des Bedürfnisses nach Klarheit bei Entscheidungen. Nimm die Energie des Eremiten an, indem du nach innerer Weisheit suchst. Lass dich von der Sieben der Kelche leiten, wenn du Entscheidungen triffst, die mit der Realität übereinstimmen. Nutze schließlich die Weisheit der Zwei der Schwerter, um deine Entscheidungen sorgfältig abzuwägen und einen ausgewogenen Ansatz zu finden. Denke daran, dass Klarheit und innere Harmonie wichtig sind, wenn du die vor dir liegenden Entscheidungen triffst. Wenn du die Qualitäten dieser drei Karten kombinierst, kannst du den Tag mit Selbstbewusstsein, Unterscheidungsvermögen und einer ausgewogenen Perspektive in deinem Entscheidungsprozess bewältigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017